Man braucht ein Mittel, das die Ursachen bekämpft. Gezielt die Ursachen behandeln. Geschwollene Finger, eine steife Hüfte oder schmerzende Knie. Rheuma und Arthrose beginnen meist schleichend und machen zunächst durch Anlaufschmerzen und Steifheit auf sich aufmerksam. Gemäß der deutschen Rheumaliga klagen mehr als 20 Millionen Deutsche über chronische Rheuma- und Arthrose-Schmerzen. Eine wahre Volkskrankheit. Der Schmerz wird stetig schlimmer, wenn man nichts unternimmt. Unser Experte rät daher, Rheuma muss so früh wie möglich an den Ursachen behandelt werden, um den Körper wieder in Balance zu bringen. Es ist wichtig, die körpereigenen Selbstheilungskräfte zu stimulieren, um die Schmerzabwehr wieder zu stärken. Diesen Prozess gilt es zu starten. Die Natur bietet die beste Alternative. Rheumagil wurde von deutschen Naturwissenschaftlern in umfassender Forschung entwickelt. Das Geniale daran, es wirkt bei allen Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises mehr als 100 Unterformen und ist somit eine wahre Allzwecklösung. Rheumagil als rein natürliches Arzneimittel, Tabletten, blablabla, hat eine intelligente Zweifachwirkung. Es ist schmerzlindern und entzündungshemmend. Diese Wirkformel aus natürlichen Substanzen wurde als Proagil 100 komplex patentiert. Das Besondere, Rheumagil aktiviert den körpereigenen Selbstheilungsprozess und durchbricht den Schmerzkreislauf auf natürliche Weise. Verzichten Sie auf Nebenwirkungen. Das Deutsche Bundesinstitut für Arzneimittel hat Rheumagil vollumfänglich für alle Erkrankungen des Bewegungsapparates zugelassen. In allen Fällen geht es um den dauerhaften Erfolg. Bekannte Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten gibt es nicht. Nach kürzester Zeit ist Rheumagil bereits die Nummer 1 der Komplexarzneimittel bei Rheumagil und hilft so bereits tausenden Betroffenen. Unser Tipp, werden Sie aktiv. Die Rheumagil-Tabletten können täglich und auch begleitend zu anderen Therapieformen angewendet werden. Schmerzlinderung und mehr Agilität sind möglich, dank Rheumagil. Jetzt in Ihrer Apotheke erhältlich. Für comparisieren werde ich die Bibel in ein paar Sprachen lesen. Schmerzlinderung und die Rheumagil-Tabletten sind möglich, aber es ist closed. Schmerzlinderung.